Und meine früheren Studenten und Assistenten, die kennen von mir den Spaß, wenn ich zu wählen hätte zwischen einer Regierung aus fünf Professoren, die ich nicht kenne, und fünf Handwerkern, die ich nicht kenne, würde ich auf jeden Fall die Handwerker nehmen. Das habe ich schon vor zehn Jahren gesagt, weil es bei den Wissenschaftlern, Professoren, Akademikern auch zu viele Leute einfach mit Tunnelblick gibt. Also sie sind in ihrer eigenen Disziplin super, aber im Grunde lebensunfähig, also wenn es um Alltagsprobleme geht. Und deshalb gibt es unter den Akademikern auch signifikant mehr Leute, die zum Beispiel noch freiwillig mit Maske rumlaufen, als unter den Otto-Normalverbrauchern.